Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus Circulation vor von Ostadal & Coworkers. Es geht um die Extrakorporale Membranoxygenierung in der Therapie des Kardiogen-Schocks. Ergebnisse der ECMO-CS-Studie. Die Venoartrielle Extrakorporale Membranoxygenierung VA ECMO wird zunehmend zur Kreislaufunterstützung bei Patienten mit Kardiogen-Schock eingesetzt, obwohl die Evidenz für den Einsatz in diesem Zusammenhang auch noch nicht ausreichend ist. Ziel der ECMO-CS-Studie Extrakorporal Membranoxygenation in the Therapy of Kardiogen-Schock war es, die sofortige Anwendung der VA ECMO mit einer zunächst konservativen Therapie, die den Einsatz der VA ECMO im weiteren Verlauf ermöglicht, bei Patienten mit sich rasch, verschlechterndem oder schwerem Kardiogen-Schock zu vergleichen. In diese multizentrische randomisierte Studie wurden Patienten mit einer raschen Verschlechterung oder einem schweren Kardiogen-Schock eingeschlossen. Die Patienten wurden entweder einer sofortigen VA ECMO oder keiner sofortigen VA ECMO zugeteilt. Andere diagnostische und therapeutische Verfahren wurden gemäß den aktuellen Behandlungsstandards durchgeführt. In der frühen konservativen Gruppe konnte die VA ECMO im Falle einer Verschlechterung des hermodynamischen Startes im weiteren Verlauf platziert werden. Der primäre Endpunkt war die Kombination aus Tod jeder Ursache, Kreislaufstillstand nach Wiederbelebung und Einsatz eines anderen mechanischen Kreislauf-Unterstützungssystems nach 30 Tagen. Hier nochmal die Einschlusskriterien. Zum einen der sich schnell verschlechternden Kardiogen-Schock, definiert als progressive hermodynamische Instabilität, die repetitive Gabe von Vasepressoren erforderlich macht, um einen mittleren Artendruck über 30 mm G zu ermöglichen, plus ein eingeschränkter EF des linken Ventrikels kleiner 35% oder ein EF 35-55% im Falle einer schweren Metralinsuffizienz oder Ordenschenose. Der schwere Kardiogen-Schock war wie folgt definiert, hermodynamisch Herzindex kleiner 2,2 Liter pro Minute pro Quadratmeter plus Neuralin-Dosis über 0,1 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute plus Dobutamin-Dosis über 5 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute oder es ist durch Blutdruck kleiner 100 mm G plus Neuralin größer 0,2 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute plus Dobutamin über 5 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute plus EF kleiner 35% oder wiederum EF 35-35% im Falle einer schweren MI oder Ordenschenose. Zweitens musste metabolisch Laktat zwei konsekutive Werte größer gleich 3 mm pro Liter mit mindestens 30 Minuten Zwischenraum zwischen den Probenentnahmen mit einer nicht dargestellten Abnahme der Laktatwerte bei stabilen und anhaltenden Dosen der Inotropika und oder Vasoportionen oder eine SVO2 mit konsekutiven Werten kleiner 50% von 30 Minuten, keine Abnahmetendenz unter gleichbleibenden Dosierungen von Inotropika und oder Vasoportionen. Hypovolemie müsste ausgeschlossen werden, Kriterien hierfür war ein ZVD größer 7 mm G oder ein pulmonarterieller Okklusionsdruck von über 12 mm Hg. Hier die Ergebnisse. Insgesamt wurden 122 Patienten randomisiert. Nach Ausschluss von 5 Patienten wegen fehlender Einverständniserklärung wurden 117 Probanden in die Analyse einbezogen. Von diesen wurden 58 Patienten einer sofortigen VA-Ecmo und 59 Patienten keiner sofortigen VA-Ecmo zugewiesen. Ursache des kaligen Schocks in den beiden Gruppen. STEMI die Hälfte, NSTEMI 12, 12,1%, akut auf chronische Herzversagen 23,1, 24,1%, mechanische Komplikationen Infarkt 26,1, 7 und andere Ursachen 12,0 und 10,3%. Der primäre Endpunkt trat bei 63,8% bzw. 71,2% der Patienten in der Gruppe mit VA-Ecmo bzw. ohne frühe VA-Ecmo auf. Das entspricht einer Hazard Ratio von 0,72. Das 95% Konfidenzintervall reicht von 0,46 bis 1,12. Keine Signifikant. Bei 39% der Patienten, die keine frühe VA-Ecmo erhielten, wurde im weiteren Verlauf eine VA-Ecmo durchgeführt. Hier nochmal ist der primärer Endpunkt, primär kombinierter Endpunkt und hier die einzelnen Komponenten, Tod jede Ursache 50, 47,5%, mechanische Kreislaufunterstützung in der frühen konservativen Gruppe dann 42,4%, in der VA-Ecmo-Gruppe immerhin noch 17,2%, die im weiteren Verlauf ein weiteres Unterstützungssystem erhielten und Wiederbelebung 10,3, 13,6%. Hier die Kaplan-Meier-Kurve, primärer kombinierter Endpunkt bis Tag 30 und hier sehen wir, dass in diesem harten Endpunkt kein Unterschied zwischen beiden Gruppen besteht. Die 30-Tages-Inzidenz von Wiederbelebend-Hertestellstand 10,3% versus 13,6%, Risikodifferenz minus 3,2%, kein Unterschied, Gesamtsterblichkeit 50% versus 47,5%, kein signifender Unterschied, schwere unerwünschte Ereignisse 60,3 versus 61%, Sepsis, Lungenentzündung, Schlaganfall, Bein-Ischämie und Blutungen unterschieden sich statistisch nicht zwischen den Gruppen mit sofortiger VA-Ecmo und den ohne sofortiger VA-Ecmo. Diskussion der Ergebnisse Bei Patienten mit rasch fortschreitendem oder schwerem Kardiogen-Schock verbesserte die sofortige Durchführung der VA-Ecmo die klinischen Endpunkte nach 30 Tagen nicht. Die sofortige VA-Ecmo-Therapie war nicht mit einer erhöhten Inzidenz von unerwünschten Ereignissen verbunden und ein erheblicher Anteil der Patienten in der Gruppe mit der frühen konservativen Therapie benötigte später während ihres Krankenhausaufenthalts eine VA-Ecmo. Trotz der jüngsten Fortschritte bei den diagnostischen Möglichkeiten und therapeutischen Maßnahmen ist der Kardiogen-Schock nach wie vor mit einer hohen Sterblichkeit verbunden. Der Kardiogen-Schock ist ein klinisches Syndrom mit verschiedenen Äthiologien, Phänotypen und Erscheinungsformen. Die Definitionen des Kardiogen-Schocks variieren stark und basieren auf dem Vorhandensein von Hypotonien und Hypoperfusion, während genauere Hämmunammenschriterien, die Bestätigung einer strukturellen Herzerkrankung oder in der Nachweis einer ausreichenden Herzfüllung für die Diagnose häufig nicht erforderlich sind. Der Schweregrad des Kardiogen-Schocks wurde kürzlich in der Erklärung des Society for Cardiovascular Angiography und Interventions klassifiziert und von anderen großen kardiovaskulären Gesellschaften unterstützt. Ziel der folgenden Studie war es, die sofortige Ereignung mit einer frühen konservativen Therapie bei Patienten mit sich rasch verschlechterndem und schweren Kardiogen-Schock zu vergleichen, der nach Hämmunammenschriterien, Anzeichen einer strukturellen Herzerkrankung und Parametern der Gewebehypoperfusion definiert wurde, die am besten im Stadium D bis Ehe der SCAI-Klassifikation entsprechen. Daher entspricht die ECMO-Kardioshock-Studienpopulation genau den Bedingungen, unter denen eine mechanische Kreislaufunterstützung nach den aktuellen Leitlinien oder wissenschaftlichen Aussagen in Betracht gezogen werden kann oder sollte. Laut Studienprotokoll konnte die VA-ECMO aus ethischen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt in der frühen konservativen Gruppe eingesetzt werden, wenn eine klar definierte weitere hermodynamische Verstechtung eintrat, was ebenfalls als klinisch relevanter Endpunkt angesehen wurde. Die VA-ECMO wurde für diese Indikation bei einem erheblichen Anteil der Patienten eingesetzt. Obwohl die Inzidenz des zusammengesetzten primären Endpunkts in der Studie höher war als erwartet, in beiden Gruppen konnten die Autoren nicht nachweisen, dass die sofortige Durchführung der VA-ECMO bei schwerem oder sich schnell verschlechterndem Kardioshock die Ergebnisse im Vergleich zu einem frühen konservativen Ansatz verbesserte. Diese Beobachtung stimmt zum Teil mit der ersten kleinen randomierten Studie überein, in der die Ergebnisse der VA-ECMO mit den der medikamentösen Therapie verglichen wurden. In der aktuellen Studie wurde jedoch der sofortige VA-ECMO-Einsatz mit einer frühen konservativen Therapie verglichen und der Einsatz der VA-ECMO in dieser, nämlich frühen konservativen Gruppe zugelassen. Die Möglichkeit des VA-ECMO-Einsatzes in der frühen konservativen Gruppe im Fall einer weiteren Verschlechtung der Hämodynamik unter Endotropie und Vasopression erschwert die Interpretation der Ergebnisse. Ethische Gründe machen es, wie gesagt, erforderlich. Bei Versagen einer pharmakologischen Stabilisierung die mechanische Kreislaufunterstützung zuzulassen, was halt ein häufiges klinisches Szenario ist. Derzeit gibt es keine Belege aus randomisierten kontrollierten Studien, die den Einsatz von mechanischer Kreislaufunterstützung bei Cardiogem Schock unterstützen. In der großen IABP-Schock II-Studie wurden 600 Patienten mit akuten Myokrathinfarkt und Cardiogem Schock randomisiert und entweder routinemäßig mit einer IABP oder konservativ behandelt. Der Einsatz der Ballonpumpe war nicht mit einer Verringerung der 30-Tage-Gesamtsterblichkeit verbunden. Hier 39,7 versus 41,3%. Auch die Sterblichkeit in der IABP-Schock-Studie war niedriger als in der aktuellen Studie. Aufgrund dieser Ergebnisse wird der routinemäßige Einsatz von interautalen Ballonpumpen nicht empfohlen. Mehr Evidenz zum Einsatz mechanischer Kreislaufunterstützung bei Cardiogem Schock werden sich aus den Ergebnissen der vier großen laufenden randomisierten klinischen Studien EUROSCHOK, ANCOR, ECLS-Schock, DANGER-Schock ableiten lassen. Diese Studien schließen Patienten mit einem infarktbedingten kardogenen Schock ein. Die ECLS-Schock- und EUROSCHOK-Studie vergleichten VA-ECMO und konservative Therapie. Die ANCOR-Studie vergleicht VA-ECMO plus IABP mit konservativer Therapie. Und die DANGER-Schock-Studie vergleicht Impeller und konservative Therapie. Im Gegensatz zur aktuellen Studie wird der Einsatz von VA-ECMO oder Impeller in den konservativen Armen dieser Studie nicht empfohlen. Die Häufigkeit von unerwünschten Ereignissen war in der aktuellen Studie in der frühen VA-ECMO-Gruppe und der frühen konservativen Therapiegruppe vergleichbar. Diese Beobachtung steht im Widerspruch zu mehreren anderen Studien, die über ein höheres Auftreten von Komplikationen bei VA-ECMO bei Patienten mit kardogenen Schock berichten. Die Sicherheitsendpunkte in der vorliegenden Studie können jedoch auch dadurch beeinflusst werden, dass ein erheblicher Anteil der frühen konservativen Gruppe später auch eine VA-ECMO oder eine andere mechanische Kreislaufunterstützung erhielten und die Interpretation aufgrund der begrenzten Stichprobengröße schwierig ist. Limitation Die Studie wurde in der Tschechischen Republik durchgeführt. Die Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse auf andere ethnische Gruppen ist dadurch eingeschränkt. Es gab auch keine oberre Altersgrenze für die Teilnahme, aber zu den Ausschusskriterien gehörte eine Lebenserwartung von weniger als einem Jahr. Zweitens war die Studie so angelegt und die Stichprobengröße wurde so berechnet, dass ein Unterschied in einem zusammengesetzten primären Endpunkt gefunden werden konnte. Daher müssen alle anderen Ergebnisse als Hypothesenbildung betrachtet werden. Bei der Berechnung des Stichprobenumfangs wurde von einer 54-prozentigen Inzidenz des primären Endpunkts in der konservativen Gruppe ausgegangen, unter der Annahme einer 40-prozentigen Sterblichkeit, einer 20-prozentigen Inzidenz der Implantation eines weiteren mechanischen Kreislaufsystems, von denen 60% überleben würden, und einer 2-prozentigen Inzidenz eines erfolgreich widerlebten Herzstillstands ohne mechanische Kreislaufunterstützung in der konservativen Gruppe und einer 50-prozentigen Reduzierung des primären Endpunktes in der VA-ECMO-Gruppe. Möglicherweise ist die angenommene Verringerung des primären Endpunkts um 50% unrealistisch, aber in Anbetracht der Meta-Analyse, die eine 33-prozentige Verringerung der 30-Tage-Sterblichkeit mit ECMO im Vergleich zur Ballonpumpe und einem geringeren Bedarf an anderer mechanischer Kreislaufunterstützung in der frühen VA-ECMO-Gruppe berichtete, hielten die Autoren diese statistische Annahme für gerechtfertigt. Drittens wurde in der Studie nicht die VA-ECMO mit einer konservativen Therapie verglichen, sondern die sofortige VA-ECMO mit einer frühen konservativen Strategie, die eine Bail-out-VA-ECMO-Therapie im Falle einer hämodynamischen Verschlechterung ermöglicht. Die Ergebnisse sollten daher entsprechend interpretiert werden. Außerdem ist die Definition der Schockprogression, die den Einsatz einer VA-ECMO im frühen konservativen Arm ermöglicht, nicht hinreichend genau. Sie basierte auf dem Anstieg des Laktats, der nicht alle Merkmale der äußerst komplexen hämodynamischen Situationen abdecken kann und auch von der Laktat-Klierenz beeinflusst wird. Auch Strategien zur Entlastung des möglicherweise durch die erhöhte Nachlass der VA-ECMO überlasteten Linkventrikels waren im Protokoll nicht festgelegt und diese Eingriffe wurden, falls erforderlich, nach dem Ermessen der behandelnden Ärzte und entsprechender lokalen Praxis in den einzelnen Teilnehmenszentren durchgeführt. Ein unzureichender Einsatz der linksventrikulären Entlastung könnte die Ergebnisse in der unmittelbaren VA-ECMO-Gruppe beeinträchtigen. Bei sechs Patienten im VA-ECMO-Arm wurde jedoch bereits bei der Randomisierung eine IABP eingesetzt und weitere sieben Patienten erhielten später ein percutanisches oder chirurgisches linksventrikuläres Unterstützungssystem. Daher wurde ein erheblicher Anteil der mit VA-ECMO behandelten Patienten entlastet, das sogenannte Venting des linken Ventrikels. Viertens war die Studie unverblindet und die Endpunkte wurden nicht bewertet. Schließlich basierten die Einschlusskriterien für die Studie auf dem Schweregrad des Schocks, der durch die Intensität der vasoaktiven Therapie, die hämodynamischen oder metabolischen Parameter und den Nachweis eines kardialen Pumpversagens definiert wurde und nicht auf den spezifischen Äthiologien. Zu den Ausschlusskriterien gehören mehrere spezifische Bedingungen, die einen kardiogenen Schock verursachen oder beeinflussen können, darunter ein erheblicher Verdacht auf Lungenemolib, Herztamponade, Pradikadie, Tachycardie, Erorten, Regurgitation oder Hypotropheobstruktive Kardiomyopathie. Außerdem wurden Überlebende eines Herzstillstands, die noch im Koma lagen, ausgeschlossen. Daher können die Ergebnisse nicht auf alle Schockursachen und Begleitumstände verallgemeinert werden und sollten im Zusammenhang mit den Einschlusskriterien interpretiert werden. Schlussfolgerung. Diese forte Durchführung einer VA-ECMO bei Patienten mit sich rasch verschlechterndem oder schwerem Kardiogen-Schock verbesserte die klinischen Ergebnisse nicht im Vergleich zu einer frühen konservativen Strategie, die den Einsatz einer VA-ECMO im Falle einer Verschlechterung des hermodynamischen Status erlaubte. Ausführliche Informationen und Ergebnisse finden Sie in der Publikation in Circulation von Ostradal und Mitarbeitern. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020